Am ersten Tag meines neuen Jobs an einer der größten komplementärmedizinischen Kliniken Europas habe ich nicht schlecht geschaut. Mein neuer Professor hat so viel Grüntee getrunken, da hätte es sich gelohnt, dass man eine Stempel nur auf die Männertoilette hängt. Er kam auf mehrere Liter täglich. Er kannte natürlich längst das Geheimnis um die Gesundheitsvorteile von Grüntee. Eines der beliebtesten Getränke weltweit, einer der beliebtesten Teesorten. Und in China wird Grüntee seit 4000 Jahren konsumiert. Er ist ein regelrechter Jungbrunnen. Und im Gegensatz zum schwarzen Tee enthält der grüne Tee keine Fermente, was ihn einfach viel wertvoller macht. Es sind sehr viele nützliche Polyphenole drinnen. In diesem Video schauen wir uns mal die Gesundheitsvorteile von Grüntee an. Wer auf gar keinen Fall Grüntee trinken sollte, wer Grüntee trinken sollte und wie sie trotzdem profitieren können, wenn ihnen Grüntee nicht schmeckt. Und eins machen wir natürlich noch auch. Wir schauen auf die richtige Zubereitung. Bis zu 200 bedeutende sekundäre Pflanzenstoffe, bis zu 400 ätherische Öle enthält der grüne Tee. Weshalb man sich hier wirklich die Frage stellt, ist es das beste lebensverlängerte Getränk überhaupt? Und die Hauptbestandteile sind natürlich auch Koffein und Theophyllin. Darüber werden wir noch sprechen. Die ätherischen Öle, die Polyphenole, vor allem sind hier die Katechine. Die habe ich schon erwähnt. Und natürlich ist es ganz klar, Koffein steckt drinnen im grünen Tee. Das wirkt bekanntlich aufputschend. Es regt das zentrale Nervensystem an. Und wir haben natürlich diesen Verlust des Gefühls der Müdigkeit und so weiter. Aber es steckt noch ein weiterer wichtiger Stoff drin, über den es heute gehen wird. Und das ist das Epigallocatechin-Galat. Ein schwierig auszusprechender Stoff, aber das ist so der kleine Wunderstoff im grünen Tee. Ja, etwa vier bis acht Mal weniger Koffein enthält der Grüntee als Kaffee. Weshalb er natürlich viel, viel besser vertragen wird. Und wie viel Koffein aber tatsächlich im grünen Tee steckt, das hängt von drei Faktoren ab. Einmal von der Ziehdauer, von der Anzahl der Aufgüsse und dann auch von der Wassertemperatur. Und wenn Sie ein Problem haben mit Koffein, dann sollten Sie Ihren grünen Tee zwei Minuten aufgießen. Bei einer Wassertemperatur von ungefähr so 50 bis 60 Grad. Das wird als optimal angesehen. Sie können auch den ersten Aufguss natürlich verwerfen. Die traditionelle chinesische Medizin, die empfiehlt den grünen Tee bei Kopfschmerzen, bei Gliederschmerzen, bei Depressionen, zur Entgiftung, als Energiespender und ganz allgemein zur Verlängerung des Lebens. Aber jetzt schauen wir uns mal genau die Studien an und werden die Sache im Detail ergründen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind natürlich Killer Nummer eins weltweit. Mit circa 18 Millionen Todesfälle, so schätzt man, sind jährlich durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursacht. Und der hohe Blutdruck, der ist ein ganz, ganz besonders großer Risikofaktor für dieses Herz-Kreislauf-Risiko. Und so gibt es einige Studien, die zeigen, dass Grün Tee über 120 Milliliter pro Tag genossen das Blutdruckrisiko senkt. Also hier hat man eine schöne Studie gemacht, über 120 Milliliter pro Tag über ein Jahr genossen Blutdruckrisiko senkt. Warum? Was macht Grün Tee? Grün Tee verbessert die sogenannte arterielle Compliance. Das bedeutet, es macht einfach die Gefäße wieder geschmeidig. Es sorgt dafür, dass die Gefäße sich wieder gut ausdehnen können, dass die Elastizität zurückkommt. Das ist ja das große, große Problem, wenn unsere Gefäße altern, dass sie nicht mehr so richtig elastisch sind. Außerdem hat Grün Tee hier einen Effekt auf das LDL-Cholesterin, auf diese Oxidation vom schlechten Cholesterin. Bitte verzeihen Sie mir diese Vereinfachung, aber wir sehen ganz einfach, dass das LDL-Cholesterin hier diese Oxidation, dieser große Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen eben eingedämmt werden kann. Insbesondere macht es dieses Epigalogatechin-Galat, was dafür verantwortlich ist. Und dann hat man eine große Meta-Analyse mal gemacht. Das heißt, man hat gezeigt, wie verhält es sich, wenn wir eben viel Grün Tee konsumieren. Und dort hat man gesehen, dass also drei Tassen pro Tag Grün Tee ungefähr elf Prozent weniger Myokardinfarkt-Risikorate macht. Das heißt, elf Prozent weniger Herzinfarkte durch drei Tassen Grün Tee pro Tag. In einer anderen Studie hat man dann gezeigt, dass drei bis fünf Tassen Grün Tee täglich bis zu 41 Prozent das Herz-Kreislauf-Risiko reduzieren kann. Also ganz, ganz interessant. Und wie funktioniert das genau? Es geht um die gestörte Stickstoffmonoxid-Aktivität des Endothels. Das Endothel sind also die gefäßauskleidenden Zellen und die reagieren auf einen Stoff, auf Stickstoffmonoxid. Und diese Aktivität, die sorgt dafür, dieses Stickstoffmonoxid, dass unsere Gefäße schön weit werden. Und hier greift eben der Grün Tee positiv ein, weshalb wir also hier diese koronaren Effekte sehen. Falls Sie es noch nicht gemacht haben, ich sehe immer wieder, dass viele Menschen die Videos anschauen, aber den Kanal noch nicht abonniert haben. Ich persönlich habe nichts davon. Es geht um Sie, denn YouTube schlägt Ihnen dann automatisch immer wieder die neuen Videos vor, für die Sie sich interessieren. Nicht nur von meinem Kanal, sondern auch von anderen Kanälen. Also Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und jetzt geht es weiter mit dem Grün Tee. Und einer der bedeutendsten Effekte ist die antioxidative Kapazität oder Aktivität von grünem Tee. Erstmal die Frage, was ist Oxidation? Das können Sie so übersetzen wie Korrosion oder Zerfall oder Zersetzung, Verschlechterung des Zustands, Erosion oder auch der Prozess, der den Rost entstehen lässt. Das könnte man auch so im weitesten Sinne als oxidativen Prozess bezeichnen. Das heißt, immer wenn also hier chemisch eine Verbindung Sauerstoff gewinnt oder Wasserstoff verliert, dann kommt es zu diesem oxidativen Effekt. Und das ist das große Problem, dass es halt einfach unsere Zellen schädigt, unsere DNA schädigt und so weiter. Und der Gegeneffekt ist die Antioxidation. Das bedeutet, wenn also der Körper in der Lage ist, hier eine gute Gegenwehr, gute Abwehr zu starten, dann ist halt nicht so krankheitsanfällig. Mit Oxidation werden Prozesse in Verbindung gebracht wie Diabetes, wie Krebs, wie viele Hauterkrankungen und so weiter. Also wir wollen einfach viele Antioxidantien zu uns nehmen. Und der grüne Tee, der ist eben reich an den Polyphenolen, an den Katechinen, ist auch noch ein Stoff drin, Gallussäure, Tocopherole, ein Haufen Mineralstoffe, Zink, Selen und das Ganze. Und hier ist eben einfach ein guter, bunter Mix. Und das zeigt immer und immer wieder, dass quasi hier diese Polyphenole im grünen Tee in der Lage sind, die Antioxidantien zu liefern und die Oxidantien im Prinzip einzufangen. Und wenn Sie dann im Internet ein bisschen lesen, dann kommt man dann auch schnell drauf, dass es Forscher gibt, die sagen, ja, ist ja gar nicht antioxidativ, sondern ist ja pro-antioxidativ. Was auch immer, es funktioniert einfach. Ja, und das Ganze funktioniert so gut, dass der grüne Tee wahre Krebsschutzeigenschaften hat. Einmal haben wir natürlich die antioxidative Kapazität, aber wir haben auch die Verbesserung von Entgiftungsenzymen. Wir haben das Hemmung von Zellwachstum, wir haben die Verbesserung der Darmbakterienfunktion und wir haben auch die Verbesserung der Selektion, das Rausselektieren von schlechten Zellen. Und der Körper kann dann seine Apoptose starten. Das ist der Prozess, wo er dann im Prinzip diese Zellen wieder abtöten kann, entdecken kann und abtöten kann. Und ganz interessant, grüner Tee ist im Prinzip ja schon ein anerkanntes Krebsvorbeugungsmittel. Wir haben also hier ausgesprochen, viele Studien, die das zeigen, der grüne Tee hemmt die Krebswirkung in verschiedenen Organen, Haut, Lunge, Speiseröhre, Magen, Leber, Niere, Prostata, auch die Mundhöhle. Und so haben wir sehr, sehr viele Studien, die zeigen, dass regelmäßiger Grüntee-Konsum hier einfach mit einem niedrigeren Krebsrisiko verbunden ist. Vor allem bei Frauen hat man das gezeigt, Frauen, dort korreliert das geringere Brustkrebsrisiko mit dem Konsum von grünen Tee. Viele Studien natürlich aus China, wo sehr viel grüner Tee genossen wird. Wir haben auch den Zusammenhang mit der Senkung von Eierstockkrebs. Auch hier wird das Risiko gesenkt. Wir haben die Zusammenhänge mit dem Prostatakrebs. Und generell haben wir wirklich ein erhöhter Grüntee-Konsum, senkt das Risiko für verschiedene Krebsarten. Das kann man wirklich so behaupten, es ist studienmäßig wirklich gut abgesichert. Deshalb trinken Sie grünen Tee. Interessant sind auch die Auswirkungen von Grüntee auf unsere Zahn- und Mundgesundheit. Hier kann der grüne Tee helfen. Wir haben ein wahnsinniges Problem mit Karies, mit Parodontitis und so weiter. Und interessant ist, dass der Grüntee hier erstmal die Alpha-Amylase im Speichel hemmt. Das heißt, wir verringern so ein bisschen diese Kohlenhydrat-Zucker-Verdauung im Mund, was hier sehr positiv sich auswirken kann. Außerdem verringert sich das schädigende Potenzial von diesen stärkehaltigen Nahrungsmitteln auf den Zahnschmelz. Und dann hat Grüntee noch einen Vorteil. Es ist eine sanfte Fluoridquelle. Ich möchte jetzt hier das Fass oder die Diskussion nicht aufmachen, Fluorid ja oder nein. Aber wir sehen, dass Grüntee einfach natürlicherweise eine kleine Menge von Fluorid enthält. Und das wirkt hier positiv, stärkt die Zähne und stärkt auch die Widerstandsfähigkeit der Zähne gegen Säure, was sehr, sehr interessant ist. Außerdem haben wir noch eine Wirkung auf die Zahnbakterien oder auf die Mundbakterien, vor allem auf die plackfördernden Bakterien. Und hier sehen wir, dass es zum geringeren Wachstum von Bakterien im Mundraum kommt, geringere Säureproduktion, einfach eine Verlangsamung des Stoffwechsels. Und somit wirkt hier im Prinzip der grüne Tee im Mundraum tatsächlich wie Bakterizid, so kann man sich das fast vorstellen. Ist das die neue Sonnenmilch von innen, der grüne Tee? Ja, man könnte es fast glauben, Hautkrebs ist ein riesengroßes Problem weltweit und wir sehen, die Patienten werden immer jünger. Und das Epigallocatechin aus dem grünen Tee scheint hier wirklich ein vielversprechendes Schutzmittel zu sein. Denn für bestimmte Arten von Strahlung, unter anderem eben auch Sonnenstrahlung, hat es gezeigt, dass eben hier die Alterung durch Licht, durch die Strahlung, potenzielle Krebsrisiken und so weiter bei längerer Exposition durch Sonnenlicht eben hier verringert werden kann. Und das hat man erst mal gezeigt, auch für Auftragungen auf der Haut, also für Salben, die das Epigallocatechin enthalten haben. Aber eben auch die Einnahme in Form von grünen Tee, insbesondere die von UVB angerichteten Schäden, so kann man sagen, die können hier sehr gut repariert werden, eben mit Epigallocatechin aus dem grünen Tee. Im Jahr 2022 waren etwa 2,5 Milliarden Erwachsene weltweit übergewichtig eine wahnsinnig hohe Zahl und man ist dann erst mal draufgekommen aus Tierversuchen, dass es hier einen positiven Effekt mit grünen Tee geben könnte. Und man hat festgestellt, dass erst mal das Koffein, aber auch das Theanin, die Wirkung der Polyphenole und so weiter hier das Gewicht regulieren kann. Erst mal hat man das bei Mäusen gesehen. Das Ganze passt natürlich zu unserer, sagen wir mal, moderneren Betrachtungsweise von Übergewicht, dass Übergewicht jetzt einfach nicht nur eine Zunahme des Fettgewebes ist, sondern einfach eine riesengroße Entzündung. Und hier passt das ganz gut zu den Beobachtungen, zu diesen neuen Theorien. Also grünen Tee hilft definitiv beim Abnehmen und er hat einen Effekt. Er stört im Prinzip so ein bisschen den Prozess der Fettaufnahme im Darm und kann hier positiv einwirken. Außerdem hat man gesehen, dass der grüne Tee die Insulinempfindlichkeit wieder verbessert. Wir haben ja das große Problem, dass wenn wir einen zu hohen Blutzuckerspiegel haben, dass dann das Insulin nicht mehr so richtig gut funktioniert. Und hier scheint das Epigallocatechin-Galat ein Stück weit diesen Prozess wieder zurückzudrehen. Das heißt, die Insulinaktivität steigert sich wieder. Das Insulin kann wieder besser funktionieren. Ganz interessant ist, wenn man den grünen Tee in Verbindung mit Milch zu sich nimmt, dass sich dann dieser Effekt fast auf Null verringert. Und einige Studien haben gezeigt, dass eben die Wirkstoffe aus dem Grüntee hier den Blutzuckerspiegel regulieren können. Dass Sie auch ein Stück weit die geschädigten Beta-Zellen bei Diabetikern in der Bauchspeicheldrüse wieder reparieren können. Also ganz, ganz interessant, wenn Sie ein Problem mit Diabetes haben, wenn Sie ein Problem mit Blutzuckerregulation haben, wenn Sie ein Problem mit Übergewicht haben, dann trinken Sie grünen Tee. Und dann haben wir noch einen Haufen andere Effekte von Grüntee erwirkt bei bestimmten Durchfallarten. Bei Typhus, das ist längst seit dem Altertum bekannt. Man hat gezeigt, dass bei Magen-Darm-Erkrankungen wie auch bei Clostridienbefall, bei Botulismus, bei Tetanus, bei Salmonellen hier sehr, sehr positive Effekte durch Grüntee auf den Darm zu verzeichnen sind. Dann hat man gesehen, dass insbesondere bei Herpes-Simplex-Virus nachgewiesen wurde, dass im Frühstadium hier der Grüntee gut funktioniert, dass er einfach die Abwehr steigert. Dann hat man sogar mal in der Wissenschaft diskutiert, ob man nicht Grüntee als ergänzende Therapie bei Transplantationen, dass Grüntee hier die Transplantatabstoßung eventuell mit weitem Stück verhindern könnte. Und dann haben wir natürlich noch ein großes Plus, warum Grüntee fördert die Aufnahme von vielen, vielen Antioxidantien, von Vitaminen, von Mineralstoffen, was für unsere Gesundheit wichtig ist. Jetzt schauen wir uns im nächsten Dia allerdings mal an, wer keinen Grüntee trinken sollte. Und insbesondere müssen die Schwangeren und Stillenden hier etwas mit dem grünen Tee aufpassen. Warum? Die Katechine im grünen Tee, die können die Aufnahme von Folsäure beeinträchtigen. Darum geht es hier in erster Linie auch um die Aufnahme von Eisen. Die Folsäureaufnahme, die ist einfach wichtig für die Entwicklung des Nervensystems von dem kleinen Fötus. Außerdem vertragen manche Schwangere oder Stillende auch das Koffein nicht so richtig gut, beziehungsweise das kann natürlich auch ins Kind übergehen. Es gibt empfindliche Kinder, wenn sie gestillt werden. Also auch hier etwas Vorsicht. Und dann sollte man natürlich aufpassen, wenn man generell ein Problem hat mit dem Schlaf. Der grüne Tee enthält natürlich, wenn auch weniger als Kaffee, etwas Koffein. Und er blockiert etwas die Eisenaufnahme. Also auch hier Vorsicht. Auch Vorsicht mit Herzrhythmusstörungen. Durch den Koffeingehalt können manche Menschen hier sehr, sehr sensibel reagieren. Und auch wenn sie unter Nierensteinen leiden, seien sie vorsichtig mit dem grünen Tee. Hier gibt es also die Untersuchungen, dass viel Oxalat enthalten ist. Zwar immer noch weniger als im schwarzen Tee, aber manche Grünteesorten, Matcha beispielsweise, enthält ausgesprochen viel Oxalat. Und wenn Sie einen Kalziumantagonist nehmen zur Blutgerinnungshemmung, auch hier sollten Sie etwas vorsichtig sein. Außerdem sollten Sie auf eine gute Qualität achten. Achten Sie wirklich auf die Bio-Qualität. Die ist keinesfalls teurer oder nur etwas teurer als die normale Qualität. Pestizidarm soll er natürlich sein. Schwermetallfrei soll er natürlich sein. Unser grüner Tee. Und keine Sorge, Sie lesen immer mal wieder im Internet, dass EP-Gallocatechin-Galat in Nahrungsergänzungsmitteln leberschädigen wirkt. Es geht wirklich nur um sehr, sehr hohe Dosen. Wenn man es in ausgesprochen hohen Dosen einnimmt, dann trifft es zu. Die Verbraucher werden hier wieder wirklich verunsichert. Und ja, wir haben natürlich Zulassungsbehörden, wir haben Regulationsbehörden in Deutschland, die das Ganze mit Argus-Augen betrachten. Jetzt wissen Sie auch, warum meine Selen-Kapseln nicht nur Selen enthalten, sondern auch Grüntee. Und ich freue mich, dass Sie hier dabei waren bei diesem Video. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Und wenn Sie Grüntee nicht vertragen, dann schauen Sie doch einfach auf solche Grüntee-Kapseln. Dort ist der Wirkstoff oder die Wirkstoffe sind dann da drin. Ich schaffe es auch nicht jeden Tag, diesen großen Aufwand des Grüntee-Zubereitens zu machen, weshalb ich halt einfach hier einfach zu Kapseln greife. Wobei ich eben weiß, dass der grüne Tee diese Gesundheitsvorteile hat und die möchte ich für mich natürlich nutzen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Danke an die Kanalmitglieder, die diesen Kanal so großartig unterstützen. Ohne sie ginge das Ganze nicht. Und wenn Sie es noch nicht gemacht haben, schreiben Sie sich ein. Denn YouTube schlägt Ihnen dann die passenden Videos vor, für die Sie sich interessieren. Nicht nur von meinem Kanal, sondern auch von anderen Kanälen. Danke fürs Zuschauen und bis bald.